Auf unserer Wanderung rund um Weida im Vogtland habe ich einen Stock gefunden und daraus wollte ich einen Löffel schnitzen. Heute zeige ich euch, wie das geht. Wenn ihr das Video von unserer Wanderung rund um Weida noch nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall noch an. Den Link findet ihr oben im Eck und in der Videobeschreibung. Vor unserem Österreich-Urlaub habe ich mir ein Schnitzset zugelegt und hatte damals aus dem österreichischen Holz schon einen Löffel geschnitzt. Das Video dazu zeige ich euch demnächst noch. Die Spitze des Löffels hatte ich schon rund geschnitzt, daher konnte ich gleich mit der Vertiefung weitermachen. Das Schwierigste dabei ist, einen Ansatzpunkt für die Klinge zu finden. Nach einer Weile bildet sich eine kleine Kuhle heraus, die ich nun Stück für Stück erweitern kann. Eigentlich sollte man Handschuhe tragen bei sowas, ich weiß. Das Schwierigste dabei hat man einen ciugeren Kuhle heraus, ich weiß nicht, dass es noch eine kleine Kuhle heraus wird. Das Schwierigste dorthin ist, die wir fühlen gehen, denn die F Singen zu haben kann. Mit der feinen Klinge lassen sich die Splitter und Unebenheiten vom Schnitzen wegarbeiten. Erst wenn die Kuhle fast ihre finale Größe hat, sollte man mit dem Griff beginnen. Für große grobe Schnitte nutze ich ein anderes Messer. Trotzdem muss man das Holz an allen Seiten gleichmäßig abtragen, damit es nicht komplett mit Panne aussieht, wenn man an einer Stelle aus Versehen zu viel weggenommen hat. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.